So Leute, lange ist es her, dass ich wirklich ein Video hier auf dem Hauptkanal aufgenommen habe. Der Grund dafür ist relativ einfach. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Die Kamera, die ihr auch jetzt gerade seht, beziehungsweise die Kamera, deren Aufnahme ihr jetzt gerade betrachten könnt. Meine alte Kamera habe ich allerdings dann zu früh weggegeben und naja, die kam jetzt eben erst vor, also zur Aufnahme des Videos jetzt hier vor ein paar Tagen an. Aus diesem Grund musstet ihr ein bisschen länger warten und ich werde mich hier auch noch ein bisschen reinfuchsen können. Ich hoffe, die Qualität ist mindestens genauso gut wie bei der alten Kamera. Die hat auf jeden Fall ein paar Vorteile und das ist eben einfach der Grund, warum einige Videos oder warum einige Themen auch nicht in Videos bearbeitet wurden. Natürlich habe aber auch ich die erfreuliche Meldung bekommen, dass Godzilla Minus One als allererster Godzilla-Film seit 1954 einen Oscar gewonnen hat. In diesem Fall eben den Oscar für das beste CGI. Ob das gerechtfertigt ist und was das jetzt für die künftigen, naja, Pläne von Toho bedeuten kann. Denn auch da gibt es bereits offizielle Aussagen und auch ein paar Gerüchte zu der ganzen Nummer, wie das Ganze eben jetzt fortgesetzt werden soll. Das und noch mehr besprechen wir jetzt hier in diesem Video. Es wird also sehr Godzilla Minus One lastig und es wird hier auch Spoiler geben müssen zu Godzilla Minus One. Ja, ich werde auf das Ende des Films eingehen müssen, um mit euch darüber reden zu können, was denn jetzt wirklich von Seiten der Produzenten zu kommenden Projekten gesagt wurde. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir nun also zum Hauptthema. Godzilla Minus One hat den Oscar für beste VFX-Effekte, also CGI-Effekte geworden und die Leute waren wirklich außer Rand und Band. Was mir aufgefallen ist, wir haben das Video ja live auf Twitch geschaut, also die Reaction der Verantwortlichen für Godzilla Minus One, als der Film nominiert wurde, das war ja wirklich einfach herzterreißend gewesen. Die haben sich schon nur für diese Nominierung so sehr gefreut und wir wussten ja zum Zeitpunkt der Reaction schon, dass die den Oscar auch noch gewinnen werden. Und was mir aufgefallen ist, dass sogar im Publikum selber der Applaus wesentlich größer gewesen ist oder am größten gewesen ist, als Godzilla Minus One für die Nominierung rausgegeben wurde. Kurz davor wurde nämlich bekannt gegeben, dass auch The Creator für den Oscar für beste CGI nominiert wurde und da war der Applaus noch relativ verhalten, hat sich eben so langsam gesteigert. Als dann Godzilla Minus One genannt wurde, sind die Leute ja wirklich außer Rand und Band gewesen und es hat mich schon ziemlich gefreut, dass der Film so einen Anklang gefunden hat und scheinbar wirklich bei sehr vielen Menschen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Godzilla Minus One auch hierzulande, obwohl ihn wirklich nicht jeder sehen konnte, aufgrund dessen, dass der Film eben auch nur eine limitierte Zeit lang im Kino gelaufen ist, und auch das nur in bestimmten Kinos. Trotz allem hat der Film hier einen wirklich guten Erfolg hingelegt. Natürlich gibt es wie bei jedem großen Film, der jetzt irgendwie vom Mainstream gehypt wird, die Leute, die sagen, no, der Film war eigentlich total schlecht und ihr habt alle gar keine Ahnung, Godzilla hat nur 15 Minuten Screentime. Das stimmt, aber Dinosaurier in Jurassic Park 1 auch, da hat es komischerweise auch niemanden gestört. Es gibt immer die Menschen, die einfach aus reinem Trotz dagegen reden müssen. Trotz allem ist sich die Mehrheit hierbei sicher, Godzilla Minus One hat einiges anders und auch besser gemacht. Gerade da wir in einer Zeit leben, in der ja wirklich nahezu jeder Film, der rauskommt, ein Cinematic Universe eröffnen möchte. Ich meine, Jurassic Park wird es als nächstes sehr wahrscheinlich machen, mit Jurassic City oder wie auch immer er heißen wird, ich hoffe nicht so, wird ein weiteres Franchise, ein weiteres Universum eröffnet, diesmal eben im Jurassic Franchise. Auch das Monsterverse von Hollywood wird jetzt in die Marvel-Richtung, ein Cinematic Universe aufzubauen gehen. Und da war es einfach mal sehr erfrischend, einen Film zu sehen, der sich ebenfalls mit Godzilla auseinandersetzt, aber der quasi in sich geschlossen ist. Dazu kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Noch dazu hat der Film sich wirklich die Zeit genommen, uns eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte stand fest und die sollte an den Zuschauer weitergegeben werden. Was unter anderem auch mit einer der Gründe ist, dass der Film eben nicht so ein hohes Budget hatte. Natürlich eben auch die Tatsache, dass der Film dieses gewaltige Budget eines Godzilla-Kongs zum Beispiel nicht bekommen hätte. Aber auch hier zeigt sich erneut, dass ein gewaltiges Budget nicht immer wirklich zielführend ist. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Je höher das Budget ist, umso öfter habe ich das Gefühl, dass die Verantwortlichen für einen Film dann irgendwie der Meinung sind, man muss jetzt auch jeden Cent dieses Budget für irgendetwas ausgeben und auch wenn es nur CGI ist. Godzilla-1 hat da eine sehr schöne und auch altbekannte Formel für sich entdeckt, wie Filme eigentlich auch früher gemacht wurden und wie Filme generell eigentlich immer noch hätten produziert werden sollen. Denn das CGI in diesem Film wurde immer nur dann eingesetzt, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gegeben hat. Hier hat das CGI wirklich den Film ergänzt und nicht den gesamten Film bestimmt. Ich will nicht wieder auf Marvel rumreiten, aber das haben wir auch schon mal live auf Twitch besprochen. Wenn wir uns einfach mal das Making-of von Avengers Endgame anschauen, sind 99,9% dieses Making-ofs von einem Greenscreen, quasi hier. Ich könnte euch jetzt einfach erzählen, ich bin gerade am Set von Avengers Endgame und ey, es könnte wirklich sein, dass hinter mir ist vielleicht gerade Wormir oder irgendwas. Es würde auf jeden Fall keinen Unterschied machen. Und hiermit will ich nicht sagen, dass CGI generell schlecht ist, allerdings zu viel CGI, das ist wie so eine Pampe, die dann ineinander überläuft. Also man hat dann irgendwie auch keine wirklichen Tiefenverhältnisse mehr und zu viel CGI wirkt dann doch sehr künstlich logischerweise und irgendwo auch sehr faul. Godzilla Minus One wurde meiner Meinung nach genau deswegen für diesen Oscar nominiert und hat ihn dann eben auch gewonnen, weil der Film genau zu diesem Ursprung zurückgegangen ist und das CGI eben nur dann verwendet hat, wenn es wirklich sein musste. Und dafür sieht das CGI hier auch wirklich unfassbar gut aus. Es gab bestimmte Shots im Film, wo ich nicht wusste, ob sie hier wieder eine animatronische Figur genommen haben oder irgendein Typ in einem Godzilla-Kostüm oder ob die ganze Nummer hier jetzt aus dem Computer stammt. Und die Antwort ist ja, sämtliche Szenen hier stammen aus dem Computer. Und ich weiß, einige von euch, die jetzt dagegen sprechen werden und den Film gesehen haben, werden möglicherweise sagen, naja, aber diese Heilungskräfte von Godzilla im Film, die sahen zum Teil wirklich seltsam aus. Und da muss ich auch wirklich sagen, ja, es gab im Film die eine Szene, in welcher Godzilla eine Bombe verschluckt hat und die ist ihm dann quasi im Gesicht geplatzt. Und dann ist das Gesicht langsam wieder so zusammengeschmolzen und eben verheilt. Das sah möglicherweise nicht ganz so genial aus. Dafür hatten wir aber andere Szenen, die einfach unfassbar perfekt waren. Allein der Atomic Breath in Godzilla Minus One ist wirklich eine gewaltige Sache für sich. Und meiner Meinung nach hat Godzilla genau deswegen den Oscar für bestes CGI verdient, weil der Film eben genau das gemacht hat, wofür es CGI da ist. Ein Film, der nach langer Zeit mal wieder das CGI nicht zweckentfremdet hat und überall reingemacht hat. Und ein Film, der wirklich sich darauf berufen hat, was Filme machen wirklich ist. Ihr könnt das gerne anders sehen, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Wir sprechen auf jeden Fall jetzt mal über eine Fortsetzung zu Godzilla Minus One. Denn die wurde ja bereits angekündigt, nachdem Toho den gewaltigen Erfolg weltweit mitbekommen hat. Denn lange Zeit ist Godzilla eher ein Phänomen im asiatischen Raum gewesen. Seit Godzilla, nein, seit Shing Godzilla, ist das Ganze aber auch sehr stark in den Westen drüber geschwappt. Und zwar stärker als jemals zuvor. Dass Godzilla Minus One also solche gewaltigen, positiven Resonanzen bekommen hätte, das hätte sich die gesamte Crew niemals träumen lassen. Denn der Film ist eher kleiner gehalten, hat ein kleineres Budget gehabt. Man wollte einfach einen guten Monsterfilm machen. Aus dem Grund, dass dann aber der Film doch wesentlich besser bei den Zuschauern angekommen ist, als das, wie gesagt, überhaupt gedacht gewesen ist, war ein Prequel, nein, ein Sequel, also ein Prequel ist eine Vorgeschichte, eine Fortsetzung zu der ganzen Nummer, wurde also dann offiziell angedacht. Dieses Sequel sollte dann auch wirklich die Geschichte von Godzilla Minus One fortsetzen. Und naja, jetzt wurde auch darauf eingegangen, dass es zwei bestimmte Szenen im Film gegeben hat, die eine Fortsetzung offen halten sollten, sollte der Film den gewünschten Erfolg haben, den er nun eben auch bekommen hat, beziehungsweise den er eben noch überschritten hat. Über die beiden Szenen quatschen wir jetzt hier nochmal ganz kurz. Spoiler, Warnung, habe ich ja eben gerade rausgegeben. Es geht hierbei nämlich um eine Szene, die auf einem Verlust resultiert, einem angeblichen Verlust. Denn in Godzilla Minus One sehen wir den für mich wahrscheinlich heftigsten Atomic Breath, obwohl ich habe ja auch schon gesagt, dass der aus dem allerersten Godzilla-Film mir wahrscheinlich am besten gefallen hat. Aber vom reinen Inszenatorischen und von der reinen Wucht, wie das Kino da wirklich gewackelt hat, war das in Godzilla Minus One für mich der beste Atomic Breath. Und ich mag auch den von Shingo Godzilla ganz gerne, der ist aber dann doch mehr künstlerisch überzogen und da passieren dann so ganz viele Dinge, die einfach nur auf der Leinwand passieren, damit es halt irgendwie geil aussieht. Ich meine, der Shingo Godzilla schießt zuerst eine Wolke aus Rauch aus seinem Mund raus, die fängt dann irgendwann Feuer, dann beginnt er noch Laser aus dem Maul zu schießen, dann aus den Rückenplatten nochmal Laser. Ihr merkt, das wird alles so ein bisschen over the top. Godzilla Minus One hingegen hat quasi diese Atomic Breath Szene für einen relativ kurzen Moment und die wird wirklich inszeniert wie der Einschlag einer Atombombe. Hierbei sehen wir dann aber auch, wie unsere Protagonistin, ich habe mir wie immer die Namen nicht merken können, unsere Protagonistin allerdings unseren Protagonisten versucht zu retten vor der gewaltigen Druckwelle des Atomic Breaths und sie schubst ihn dann in so eine Seitengasse rein, damit die Druckwelle ihn nicht erfasst. Sie wird allerdings von der gewaltigen Druckwelle niedergerissen und wir als Zuschauer dachten uns, okay, das war's. Es gibt keine Chance, dass sie diesen Angriff in irgendeiner Art und Weise überlebt hat. Und dann bekommen wir aber den Twist am Ende des Films, sie hat überlebt und naja, dann gab es ganz viele Theorien da draußen, die ein bisschen zusammengesponnen haben, hat sie wirklich überlebt oder ist er vielleicht auch einfach nur gestorben und hat sie dann im Himmel quasi wieder gesehen, weil die letzte Szene dann auch in einem Krankenhaus spielt und dann ist eben alles sehr hell und das war so eine Interpretation gewesen, dass auch er jetzt hätte sterben können. Allerdings wurde jetzt darauf eingegangen, dass wir ja im Film noch sehen, wie sich eine schwarze flüssige Substanz an ihrem Hals hochhangelt. Ein paar von euch haben gemeint, sie würden auch wissen, worum es sich dabei handelt, ich weiß es zumindest noch nicht. Jetzt wurde allerdings preisgegeben, dass das hier eine der offenen Storystränge gewesen ist, die man extra eingebaut hat für den Fall, dass der Film so erfolgreich werden sollte, dass sie eben eine Fortsetzung anstreben können. Und ja, die andere Brücke, die quasi noch nicht fertig gebaut wurde, die andere Tür, die noch offen gelassen wurde, ist dann quasi das finale Ende, wo wir sehen, wie der in sich zusammen implodierte Godzilla nur noch so ein Stück an Masse, Klumpen und Gewebe ist, der auf einmal wieder anfängt zu pulsieren wie ein schlagendes Herz. Das sind die beiden Enden, die wirklich offen gelassen wurden, für den Fall, dass es eben eine Fortsetzung hätte geben sollen und das wird nun gemacht. Das heißt, wir bekommen nun wirklich offiziell ein Sequel zu Godzilla Minus One. Und wir müssen uns jetzt hier auch gar nicht um den Namen streiten, ob das Ding Godzilla Minus Two oder Godzilla Zero heißen wird. Zero! Zero! Ist vollkommen egal. Auf jeden Fall ist dieser Grundgedanke nun sehr gefestigt durch den Gewinn der Oscars. Noch dazu haben wir jetzt offizielle Stellungnahmen der Beteiligten des ersten Filmes bekommen, die ganz klar gesagt haben, ja, sollte Godzilla Minus One eine Fortsetzung bekommen, werden wir einen Kaiju-Kampf in diesem Film in den Fokus setzen. Das heißt, ja, wir haben jetzt hier auch schon die Bestätigung, dass Godzilla Minus One in der Fortsetzung, sollte sie wirklich kommen, wir haben jetzt hier halt noch keinen Stempel bekommen, hier Godzilla Minus Two kommt, aber auf jeden Fall ist das Ganze jetzt erstmal in Entwicklung und angedacht. Wahrscheinlich für Ende 2026 habe ich was gelesen, das ist auch wieder ein Datum, das kann sich immer noch ändern. Wenn dieser Film immer dann kommt, werden wir noch einen weiteren Kaiju in diese Geschichte mit einführen, denn es wurde jetzt ebenfalls gesagt, man kann die ganze Nummer ungefähr so vergleichen, dass wir auf der einen Seite das Monsterverse haben, das eben sehr in diese übertriebene Comic-mäßige Richtung schon geht, und auf der anderen Seite haben wir die Toho-Filme, die eben ein bisschen geerdeter sind. Das Ganze kann man so ein bisschen vergleichen mit dem DCU von James Gunn oder eben auch den separaten DC-Filmen wie The Batman oder auch Joker oder was da eben noch alles kommen, war immer quasi die Filme, die abgeschnitten zu dem großen DCU sind. Aus diesem Grund gab es jetzt auch schon die ersten Spekulationen, wer denn das neue Monster sein könnte. Wer könnte der neue Kaiju sein, der in der Fortsetzung zu Godzilla Minus One gegen Godzilla kämpft. Und natürlich kommen dann die ersten Leute an, die sagen, Ghidorah, es muss einfach Ghidorah sein. Natürlich haben auch wieder ein paar Stimmen geschrien, Destroyer, das ist glaube ich halt einfach immer noch nicht, das wäre, ne, wir haben gerade von geerdeter Variante von Godzilla-Filmen geredet, ich weiß nicht inwiefern Destroyer oder auch in Space Godzilla da als geerdet rüberkommen. Außerdem würde ich auch nicht sagen, dass Ghidorah als geerdet funktionieren würde. Ich will es hierbei nicht abstreiten. Man kann auch immer noch sagen, okay, wir finden eine Variante von Ghidorah, die dann doch eher in dieses Toho-Universum reinpassen wird. Das kann immer noch sein. Allerdings steckt hier ganz oben auf dem Plan, dass Toho ein Rieseninteresse daran hätte, Angyrus zurück in dieses Film-Franchise zu bringen. Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich die beste Idee bisher. Ich muss sagen, ich kann auf der einen Seite mit diesem überzeichneten Monsterverse sehr viel anfangen. Wie ihr auch wisst, ich freue mich ja tierisch auf Godzilla Kong. Der Film kann immer noch flocken, klar, aber ich habe da irgendwie so mein Fable dafür. Im Monsterverse passt dieses Überzogene dann doch sehr stark mit dazu. Auf der anderen Seite habe ich aber Godzilla Minus One gerade so genossen, weil das eben auf den Boden zurückgeholt wurde. Wir haben hier total überzogene Szenen, gar keine Frage. Gerade die ganzen Atomic Breath-Angriffe, es sind glaube ich drei Stück, die in dem Film passieren. Aber auch die sind eben nicht so wahllos überzogen, wie jetzt dann manch andere Laserstrahl-Attacken aus irgendwelchen Comic- oder auch Monsterverfilmungen. Das heißt, ich kann mir einfach den Angyrus hier in einer Fortsetzung noch wesentlich besser vorstellen. Noch dazu haben wir ja alle gesehen, dass Godzilla Minus One irgendwie als eine Art Soft-Reboot vom allerersten Godzilla durchgegangen ist. Möglicherweise geht man jetzt ja auch die Richtung, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eben auch noch einen Godzilla-Rückkehr-Film, nur eben auch nochmal als eine Art von Soft-Reboot, der eben nun direkt an Godzilla Minus One anknüpft. Das sind jetzt ja alles nur reine Spekulationen, die jetzt da im Raum stehen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, Godzilla Minus One wird fortgesetzt und man möchte einen zweiten Kaiju mit in die Geschichte mit einführen. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was denkst du, was für ein Kaiju am allerbesten in die Story eines Godzilla Minus One reinpassen würde? Schreib es mir gerne in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.